Herzlich willkommen im Doktorhaus in Wallisellen vor dem Haus am Kreisel. Wir sind in der Nähe der Stadt und des Flughafens und doch in einer wunderschönen ländlichen Umgebung. Das traditionsreiche Haus gehörte bis 1945 den jeweiligen Walliseller Ärzten. Seit 1983 wird es erfolgreich von Rita Essig und ihrem Team geführt. Der kulinarische und gesellschaftliche Treffpunkt ist weit über die Grenzen von Wallisellen hinaus bekannt und beliebt. Genießen Sie Ihr Essen in unserem speziellen Ambiente von Tradition und Moderne. Das gediegene Restaurant, das gekonnt antike Details mit moderner Innenarchitektur und Designmöbeln kombiniert, bietet à la carte Speisen und eine hervorragende Veneria. Ein idealer Ort für traute Zweisamkeit, einen Business Lunch oder eine Privatfeier. Unser kulinarisches Angebot begeistert die ortsansässige wie auch die internationale Kundschaft. Es präsentiert sich saisonal und neuzeitlich schweizerisch mit mediterranem Akzent. Die Gerichte werden leicht, vitaminreich, marktfrisch und kreativ zubereitet. Das große Weinsortiment bietet Ihnen beste Flaschen im ausgewählten Offenausschank an. Unsere Seele geben Ihnen einen gepflegten Rahmen für Seminare, Festanlässe, Meetings oder Tagungen. Dies ist für 10 bis 250 Personen möglich. Sich wohlfühlen und das Leben genießen. Die Bar und Lounge 8304 mit Biergarten ist ideal für Ihren Lunch, einen Nachmittagscafé oder Ihr Feierabendbier. Treffen Sie sich mit Ihren Freunden und lernen Sie neue Leute kennen. Im Sommer ist der Biergarten der Treffpunkt für ein Bier vom Fass, eine Brezel und Leckereien vom Grill. Der wunderschöne Restaurantgarten lädt ein zum kleinen Geschäftsessen oder zum romantischen Open-Air-Dinner. Die Wirtschaft zum Doktorhaus. Just the place to be. Wir freuen uns auf Sie in unserem Restaurant, im Garten, in der Loungebar, im Biergarten und im Konzertsaal. Alles in einem, alles für jeden, alle Tage für Sie da.